Malzeit ihr Schlawiner Knochen wieder hier, wieder mit ein bisschen World of Warships, heute fahre ich den King George oder das King George Schlachtschiff bei den Briten. Ich habe natürlich schon ein paar Runden gespielt gehabt, jetzt habe auch alles soweit modifiziert, nur ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, wie ich es vernünftig einsetzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde diese Runde nur mit HE schießen, habe mir mal überlegt, das probiere ich mal einfach aus und hoffe, dass viele Brennen entstehen. Gleich die Runde davor, musste ich mehrmals hin und her wechseln, waren sehr viele Zerstörer unterwegs und ich habe dann natürlich einmal mit AP noch geschossen, wenn ich den Zerstörer dann gesehen habe und habe dann gleich gewechselt auf HE und dann hat es ziemlich gut funktioniert, dann kam gleich noch ein Schlachtschiff, ein anderes und habe natürlich, weil ich fast fertig geladen hatte, habe ich natürlich nicht gewechselt, sondern auch nochmal mit HE geschossen und gleich zwei Brände verursacht und so, die auch, der erstmal nicht löschen konnte. Da war wahrscheinlich vorher, weiß ich nicht, mit Torpedos angegriffen wurde und da repariert hat oder so, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall dachte ich mir, hm, also relativ viele Brände, habe dann da einfach den Rest des Matches, waren auch sechs Minuten oder so, weiter mit HE geschossen und mir ist aufgefallen, mit AP mache ich einfach nicht sonderlich viel Schaden. Gut, ich mache eh, aus irgendeinem Grund mache ich eh nicht so viel Schaden. Ich meine, ich versuche schon auf Citadel zu zielen und so, aber es funktioniert halt einfach nicht bei mir so wie bei anderen. Vielleicht gibt es da andere Tricks, die ich nicht kenne oder man schummelt ein bisschen, wer weiß. Alles ist möglich, aber ich versuche es jetzt einfach mal so. Erstmal ein bisschen durch die Botanik guckten hier und die Karte ist jetzt nicht die schlechteste, also ich habe schon schlechtere Karten gesehen. Es gibt Karten, die sind wirklich für Schlachtschiffe richtig mies. Und ich habe ein Match gehabt, da haben sie mich zwar nicht so schnell kaputt gemacht, aber ich konnte kaum schießen, weil ich ständig irgendwie durch Mini-Inseln, durch die kleinen Gänge irgendwie oder Gassen gefahren bin. Und das war echt schwierig. Und wir haben die ganze Zeit zwei Zerstörer gejagt dann, die aber auch nicht, die hatten keinen guten Punkt immer, um die Torpedos abzufeuern. Und haben es dann dies bezüglich auch nicht oder letzten Endes auch nicht machen können. So, ich feuere mal hier. Mal gucken, ob das, ja. Also ich habe jetzt eine Weile auch nicht gespielt gehabt, musste dann erstmal, ich habe Probleme gehabt mit dem Vorhalten, echt. Oh, zwei Brände. Oh, wieder zwei Brände. Also Probleme mit dem Vorhalten gehabt. Ich habe das übrigens mit dem geskillt, dass er, ich weiß nicht wieso, gerade mit dem Kapitän, dass er halt, dass die brandverursachende Wahrscheinlichkeit erhöht ist hier. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, ich habe es nicht ganz rausbekommen. Ich habe immer daneben gefeuert, als ich jetzt angefangen hatte und denke mir so, ey, wäre ich jetzt drei Monate nicht gespielt, wäre es was anderes gewesen. Aber es war jetzt vielleicht eine Woche oder so. Und ich habe mich echt gewundert, warum das einfach so dermaßen daneben geht. Ey, ich habe ein Match gehabt, da habe ich fast alles versammelt. Wirklich Wahnsinn. Das war das Erste. Ich dachte, ey, ich schaue auf zu spielen. Das bringt nichts mehr. War schon ein bisschen schräg. So ist es schon wieder ein Brand verursacht. Also das ist schon ziemlich cool. So. Viele Flugzeuge unterwegs. Bin natürlich ziemlich isoliert jetzt von den anderen. Oder also weit entfernt. Gibt ein bisschen Schaden, aber alles noch im überlebbaren Rahmen. Also was heißt ein bisschen Schaden? Ich habe gar keinen Schaden erhalten. Aber es sah so aus. Er hat ein bisschen daneben gefeuert offensichtlich. Schon wieder zwei Brände. Das ist echt... Also ich finde es erstaunlich. Und ich habe schon überlegt. Ich lese mir ja nicht sonderlich viel jetzt irgendwelche anderen Tipps und Tricks durch. Weil ich einfach versuche, die Sachen selber rauszubekommen. Und ähm... Ja, mir kommt das so vor, als wäre das ja einfach besser, wenn ich hier jetzt versuche... Wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin, einfach mit HE zu feuern. Okay, ich werde beschossen. Das macht er. Gut, ist nicht viel Schaden gewesen. Kann man überleben. Alles gut. Wohl einmal doch habe ich einen Ratschlag angenommen, als jemand meinte... Ich wusste einfach nicht, wie man vernünftig... Das ist schon ewig her jetzt. Wie man vernünftig die Torpedos benutzt. Und er sagte, ey, du hast da eine Markierung. Eine graue Markierung. Und grau und grün müssen übereinander lappen. Dann würde es höchstwahrscheinlich funktionieren. Es sei denn, er ändert den Kurs. Was man natürlich nicht vorhersehen kann. Aber und seitdem funktioniert es auch ein bisschen besser. Muss ich auch eingestehen, zugeben. Eingestehen, ja. So, er feuert hier. Jetzt kommt er mir ein bisschen nahe. Das müsste Zitadelle gewesen sein, meinerseits. Ich glaube, der hat mir in die Zitadelle gefeuert. So. Komm ran hier. Ich fahre einfach auf ihn zu. Das ist wahrscheinlich besser. Okay, er hat jetzt selber gefeuert noch. Ne, das ist eine Sekundär. So eine Sekundärgeschütze. Jetzt aber, der muss, der muss drauf gehen. Noch ein Brandwerk. Aber nur ein Treffer, oh Gott. Entschuldigung. In letzter Zeit habe ich wieder so einen Reizhusten. Ich versuche das echt zu unterdrücken. Und da ist schon wieder ein Kill weg. Ey, ich habe schon eine... Was habe ich denn letztens gefahren? Äh, Normandy. Da war es auch so. Ey, ich feuere die ganze Zeit auf einen. Und... Wirklich, kurz bevor ich ihn vernichtet hätte, macht ein anderer weg. Und, äh, ja. There goes my kill, ne? Mehr konnte ich dazu auch nicht sagen. Ja, ich weiß nicht. Sauer. Einfach Pech gehabt, ne? So, Atago. Und der dreht sich relativ gut gehört. Und schon wieder ein Brand. Ich sage ja, hier... Das funktioniert ziemlich gut mit den Bränden. Also... Kann man nicht anders sagen. Und hier nochmal einen reinkommen. Noch ein Brand? Ne, aber ein Ausfall. Okay, jetzt wird er auch ziemlich besammelt. Ich will jetzt nicht zu schnell oder zu weit irgendwie vorfahren. Ich warte jetzt einfach drauf, dass nachgeladen wird. Und versuche es nochmal. Weil da sind mir einfach zu viele von den anderen jetzt. Und wir sind ziemlich weit hinten. Man braucht nur auf die Minimap gucken. Und dann sieht man es ja. Oh, nicht getroffen. Verdammt. Ja, mit dem wird es jetzt schwierig. Ne, jetzt dreht er sich wieder in eine vernünftige Position. Also vernünftig für mich. Und ich hoffe, dass die anderen auch gleich nachgeladen haben. Ich brauche es. Oh, schon wieder ein Brand mit einem Treffer. Schaffe ich es nochmal? Es wird jetzt nichts. Der würde jetzt zu schnell sein. Oder ist zu schnell. Das würde ich einfach den da. Der fährt, glaube ich, rückwärts. Irgendwie fährt er rückwärts. Der Vorteil, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Dadurch haben alle relativ gleichzeitig nachgeladen. Ja, gut. Schon wieder zwei Brände. Also mit den Bränden funktioniert es super hier. Kann man nicht meckern. Und ich habe das Gefühl, dass mit den Bränden natürlich, wenn sie die jetzt, wenn die häufiger aufkommen, logischerweise, und die sie nicht so schnell löschen können, dass sie einfach mehr Schaden machen, als wenn ich jetzt mit AP schieße. Da habe ich viel zu viele Abpraller. Ein Brand kommt einfach häufiger vor, mit dem Schiff hier, für mich, als jetzt irgendwelche krassen Treffer hier. Ich muss die Akatsuki hier, oder wie das Ding heißt, auch noch wegkriegen. Könnte das funktionieren, wenn ich hier so... Oh, das sieht eigentlich relativ gut aus. Ja! So, sogar noch zwei Brände, die aber... Ihr habt ihn so vernichtet. Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Was schreiben die da gerade? Ich konnte mich... Also ich achte oft nicht auf den Chat, aber eben gerade habe ich irgendwas... Irgendwie streiten sich da zwei oder so, weil einer die anderen gekillt hat oder so. So, jetzt werde ich ein bisschen schleichen hier. Aufpassen, dass ich nicht die Insel mitnehme. Ich will einfach so ein bisschen... Ja, wird ja wohl gleich rauskommen hier, die Atago. Und ich hoffe, dass ich den noch kriege. Der dreht ab, oder? Ja, irgendwie dreht er ab. Blöd. Wenn ich hier vielleicht... Könnte... Obwohl, er ist ziemlich schnell. Der ist wirklich schnell. Ein, zwei Treffer könnten ja vielleicht noch... Hm, okay. Mit einem Treffer hat er zwei Ausfälle verursacht. Ich muss jetzt auch ein bisschen darauf achten, dass ich mich selbst in Sicherheit wernen kann hier. Weil ich gerade nicht auffrischen kann. Das habe ich zwar mit Kannen in einem Satz gesagt. Das passt natürlich nicht so gut, aber... Vielleicht hier... Verhalten ist immer ein bisschen schwierig, aber... Er verringert ja seine Geschwindigkeit dadurch, dass er so oft dreht. Das ist knapp. Verdammt, alle daneben, ne? So, haben wir eine Gneisenau. Was ist das andere Ding? Leon. Auch noch recht viel Leben haben die Kollegen hier. Jetzt wollte ich gerade, dachte mir so... Hm, den könnte ich nehmen, aber den hat gerade schon ein anderer sich gekrallt. Vollkommen zu Recht. Habe ich kein Problem mit. Macht ruhig mal. So. Ich muss jetzt natürlich zusehen, dass ich hier irgendwie rauskomme. Denn ich muss ja fahren. Ein bisschen fahren muss ich. Ich könnte hier stehen bleiben, aber ich will mich jetzt nicht nur auf die Leon verlassen, dass die hier rauskommt. Im Moment kommt er überhaupt nicht raus. Ich will jetzt zurückfahren und dann halt rechts lang. Irgendwie dazwischendurch. Ich meine, es sind jetzt weniger. Jetzt noch einer weniger. Noch einer weniger. Also wäre es möglich. Es sind jetzt nur noch vier Gegner. Und ihr habt zwar nicht allzu viel Leben, aber ich könnte gleich auffrischen. Dann habe ich wieder knapp die Hälfte voll. Das müsste reichen. So. Ein bisschen Gas geben hier. Also für meine Verhältnisse. Für meine Verhältnisse relativ okay. Ich könnte hier zwischendurch. Probier ich mal. Also 60.000 Schaden. Und das meiste durch Brände. Entschuldigung. Wieder mal ein Huster hier. Das ist einfach. Ich habe irgendwie. Wäre wahrscheinlich ein bisschen Zug bekommen. Ebenfalls habe ich einen Reizhusten. Jetzt hat schon seit gestern voll nervig. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu unterdrücken. Das ist blöd. Jetzt fährt der natürlich echt blöd. Aber okay. Er ist das wohl das Hauptziel. Auch von unserem Flugzeugträger. Also versuche ich jetzt hier einfach mein Glück. Das könnte was werden. Okay. Kein Brand. Okay. Einer heult hier ein bisschen rum. Weil er irgendwie. Oh Gott. Was hat der für ein Problem? Ist ja auch egal. Ist halt MMOs, wo jeder spielen kann. Alle heulen wegen irgendwas. You are the best. Ach das war rückwärts. Ich habe das so wie er stand. Habe ich erst gar nicht gesehen. Ob das vorne oder hinten ist. So. Wieder ein Brand. Schon der 13. Jetzt. So. Was haben wir noch am Start hier? Oh. Nicht das jetzt weggemacht wird durch die Torpedos. Ich würde ihn ja gerne versenken. Gehe mir ehrlich zu. Zwei Brände. Zwei Brände. Ja. Okay. Schade. Das hätte ja fast geklappt. So. Jetzt haben wir 15 Brände in der Zeit verursacht. Ich finde das ziemlich viel. Ich finde das ist echt viel. Okay. Er dreht. Gut. Die Gneisenau ist weit auch schneller. Ist ja auch fast schon eher ein Kreuzer. Ein schwer gepanzerter. Aber wir probieren es. So. Wie fährt er denn? Ja. Das könnte. Schon wieder ein Brand. Ich sag ja. Das funktioniert so einfach viel besser. Für mich funktioniert das so einfach viel besser. Auf was den Schaden angeht. Also den Schaden zu verursachen. So. Das heißt. Wenn jetzt noch ein Brand. Da er den jetzt nicht löscht hier. Ne. Leider keinen Brand. Verdammt. Und jetzt wird er so schnell. Ich stehe irgendwie blöd. Ich kriege die Geschütze. Die Geschütze. Okay. Ah. Ah. Okay. Ich wollte mich wieder bewegen. Aber er dreht schon wieder. Dann warte ich hier. Dann warte ich hier. Zurücksetzen. Komm raus. Komm raus. Jetzt habe ich auch komplett nachgeladen. Das kann gut funktionieren. Der brennt ja immer noch. Dadurch habe ich natürlich jetzt so hohen Schaden. Also läuft der Schaden halt einfach weiter. Also das ist viel geiler irgendwie. Und schon wieder ein Brand. Das ist jetzt wirklich eine Menge. Oh. Wie die Torpedos vorbei zwischen da. Okay. Über 100.000. Das ist gut. Oh. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Okay. Ne. War eine coole Runde auf jeden Fall. Ich glaube ich werde mit dem Schiff. Ich probiere mal rum. Was ist besser. Was funktioniert besser. Und mit dem ist mir aufgefallen. Da funktioniert HE einfach besser. Brände verursachen. 17 Brände in dem ganzen Gefecht hier. Das ist eine ganze Menge finde ich. Und kurz Teamwertung gucken. Okay. Vierter. Vierter ist in Ordnung. Ich sage schon mal. Danke fürs Zuschauen. Können gerne ein Abo hinterlassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Tut euch nicht weh. Ich würde mir helfen. Und ja. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis denn dann. Sonst fällt mir jetzt auch nicht weiter ein. Was ich noch von mir geben wollte. Und ja. Ciao. Ciao. Sonst fällt mir jetzt auch nicht weiter ein. Bis denn dann.